Der Unterschied in der Bundesrepublik Deutschland ist gewaltig. Es gibt Bundesländer, die auch heute noch nicht diesen Druck spüren, so wie wir ihn haben. Und deswegen brauchen wir die Instrumente, hier im Freistaat Sachsen handeln zu können, wenngleich ich Ihnen deutlich sagen muss, und das ist gestern Abend ja auch noch einmal deutlich geworden, keine Region. Keine Region in der Bundesrepublik Deutschland wird es bei der jetzigen Dynamik schaffen, bis Weihnachten zu kommen und die Systeme alle in der jetzigen Form aufrechtzuerhalten. Wir brauchen überall ein Eingreifen. Nur wir im Freistaat Sachsen brauchen dieses Eingreifen jetzt. Und diese Koalition ist dazu bereit, einen harten und klaren Wellenbrecher zu organisieren. Wir müssen sehen, wie die Gesetzgebung sich in den nächsten Stunden bis morgen im Bundesrat noch verändert. Es ist eine große Dynamik zu sehen. Und vor dem Hintergrund dieser Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland werden wir unsere Entscheidungen treffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020